Hallöchen Leute und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Spirit Tracks, hier mit einem Co-Kommentator, und zwar der liebe Dekorationsgegenstand. Richtig, ich bin's, Dekorationsgegenstand. Deku eigentlich, aber ich nenne es immer Deku. Ach du Scheiße, bist du hart. Das ist ein richtiger Grammer, Nazi. Nein, also ich bin halt von Broken Rose TV, der Deku, und ich mache jetzt einfach mal bei dem Diebenherrn Gronkh mit. Ach, fuck mich, Mensch, Gronkh. Ding, einmal hat Zezli MP in meinem Part von mir mitgemacht und dann so, hier mit einem Gurgel und er so, und ich bin Gronkh. Und sie so, und dann war es wirklich, war das wirklich Gronkh? Aber das kriegt wirklich fast jeder, ne? Also wirklich jeder haut irgendwann mal in sein Leben raus, ich bin Gronkh. Okay. Warte, siehst du, wie ich in der Höhle bin? Ich sehe sowas von, wie du in der Höhle bist und es ist dunkel. Ich werde mich mit, ich habe Angst. Ich muss schon sagen, also diese FPS ist schon richtig geil, wenn ich so sagen muss, also so mit 10 FPS. Okay, okay. Siehst du jetzt, wie ich da dieses Spielfeld habe? Ja, das sehe ich. Das ist wunderschön. Sag mir, was ich machen soll, um den Pürfel so in das Loch zu bringen, dass der Zeiger von oben in dem Loch drinnen ist. Ähm, warte. Ich kann so machen, und so, und so. Ja, wie es schon gesagt. Und du musst mir jetzt sagen, was ich machen soll. Warte, das war sogar irgendwie einfach. Ich glaube, mach ihn einfach mal nach, mach ihn einmal nach rechts. Nach rechts. No, oh fuck. Äh, warte, oh ne, oh, jetzt muss ich erstmal überlegen, ey. Äh. Scheiße, Mann, ich habe doch nur einen. Jetzt mach sie mal nach hoch. Nach hoch. Ja, und dann... Nach hoch, yeah. Ähm. Achso, ja. Okay. Äh, 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 nach links. Glaub ich. Jetzt haust du ihn nochmal nach links. Auch wenn ich... Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe damals... Warum bist du so dumm? Du hattest das doch schon. Ja, das meine ich ja. Ich habe... Okay, ich muss zugeben, ich habe es echt irgendwie gerade wieder total vergessen. Ich weiß nicht. Okay, okay. Ich habe damals einfach nur völlig random irgendwie auf den Boden draufgehauen. Irgendwann hat es dann schon gepasst. Sag an. Was soll ich jetzt machen? Ach, mach einfach random. Oh. Irgendwann wird schon... Okay, ich mache es richtig. Warte. Oh. Okay, ich wusste nicht, dass das letzte auch noch da geht. Ich habe gedacht, der wäre denn schon Stein. Das könntest du ja nicht mehr benutzen. Nein, doch. Das kann ich alles benutzen. Oh, du kannst es benutzen. Ja. Ja. Und das ist gut. Okay. Okay, nächstes. Hier ist das komische Teil. Ja, genau. Und deswegen habe ich diesen Tempel so grottig gehasst. Das ist der entlegene Geheimbahnhof. Das ist kein Tempel eigentlich. Ach so. Das ist nämlich... Der Tempel, wo das drin ist, den habe ich schon längst abgeschlossen. Hier sind viel schwierigere Rätsel. Ich habe keine Ahnung, man. Weißt du, ich weiß, wenn ich jetzt die Let's Battle Tracks gespielt habe? Das war, glaube ich, 2009 oder so. Ja. Dann kannst du... Aber du weißt noch, dass du den Tempel gehasst hast. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Aber nur, weil ich die... Manche Zelda-Rätsel hasse ich einfach nur so richtig hart. Ergibt es halt zu, dass dir doch bestimmt hier vorhin noch die komplette Lösung durchgelesen kann. Kann das sein? Nee, ich mache gerade irgendwas. Wow, ich bin nicht gut. Okay, scheiße. Ich dachte schon, wow, ich habe es geschafft. Aber dann habe ich es doch nicht geschafft. Oh, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Nein. Jetzt habe ich es fast mit dir getanzt, deswegen. Oh, scheiße. Alter, bist du... Boah, bist ein Zauberer. Ja, aber eigentlich wollte ich das gar nicht machen, sondern ich wollte das dritte Level machen. Ich wollte dich nur das erste Level machen lassen, damit du siehst, wie awesome schlecht du bist und wie awesome gut ich bin. Ey, tut mir leid. Das einzige, der sich zur Zeit noch aktiv spielt, ist mal Jaws Maasen. Da sind die Rätsel irgendwie ein bisschen anders. Ja. Nur, weil man da keine Blöcke schieben muss. Ja. Ne, 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 ne. Wohl, wohnst du eigentlich immer. Was machst du denn da? Träne wieder raus. Und zwar zum Level 3. Denn Level 3 ist da schwierig. Wie schwer ist es? It's over 9000. Ich habe es doch geworfen. Ich habe es auch richtig erwartet gerade, ey. Mann, der wird so alt. Ich habe echt erwartet, dass das jetzt kommt, man. Und es kam auch noch. Das muss was heißen, ey. Du bist ein Hellseher. Oh mein Gott. Ja, Mann, ey. Aber es war so klar, halt, ey. Hier ist Wasser. Was ist das Wasser? Was ist die Bedeutung dieses Wassers? Fass es an. Fass es einfach an. Ich habe es angefasst, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt? Was machst du da? Ich haue eine Bombe in das Wasser. Das ist Bombenverschwendung. Das musst du sagen. Dafür, Junge. Ich habe 30 Bomben, weil ich die Bomben abgeht habe. Also lass mich. Du hast 28 Bomben. Ja, aber Max 30. Boah. Hier sind gleich drei nämlich. Oh. Sag mir, was ich machen soll. Jetzt gebe ich auf. Oh. Komm, ist doch einfach. Zwei davon kann man in einem Schlag reinmachen. Warte mal. Ähm. Ja? Ja, also mit eins, zwei, drei. Pro Dings. Ja, dann zieh mal durch. Ich gucke einfach zu. Nee, 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 du sollst das sagen. Nee, 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 nee. Ach so. Okay. Ah, ich glaube, ich kenne das sogar. Ich glaube, ich habe die einfach alle nach vorne rumgehauen, weil ich so dumm und naiv war und dachte, es funktioniert. Wieso? Sicher, ist doch logisch, dass man das macht. Oh nein, was soll ich nur tun? Ich kann es nicht mehr bewegen. Kannst du mal sehen. Ähm. Oh, fuck. Wow. Ähm, ja. Man merkt wirklich, ich habe lange nicht mehr das Wort gespielt, ey. Ja, und was ich mich gerade frage, ist. Ja. Wie ich jetzt den letzten reinbringe. Das sage ich dir nicht. Oh nein, er sagt es mir nicht. Was soll ich nur tun? Wie lange nehmen wir eigentlich auf? Jetzt nochmal so. 20 Minuten ungefähr oder so lange, bis ich halt das dritte Level fertig habe. Aber das könnte eine Weile dauern. Ja, das Problem ist nämlich nur, so etwas sagt man ja eigentlich im Video, aber ich stehe gerade unter ziemlich heftigen Zeitdruck. Oh nein. Warum stehst du unter ziemlich heftigen Zeitdruck? Ich habe keine Ahnung. Das darf ich dir nicht sagen. Nein. Aber wieso? Wenn du mir gesagt hättest, dass du keine Zeit hast, hätte ich den Part ein anderes Mal gemacht oder dich in einem anderen Part bekommentieren lassen. Warum hast du nichts gesagt? Du hast schon so oft gefragt und stand schon heulend vor meiner Tür. Da konnte ich einfach nicht nochmal Nein sagen. Oh. Oh. Vor allem, so etwas macht man auch nicht. Also von mir aus kannst du es ruhig machen. Setz sie durch. Hau ihn rein. Das hat sie gestern auch gesagt. Das war G-Set. Endlich sind sie alle drin. Alle drei Löcher sind gestopft. Okay, das war jetzt gerade unter der Schubladee. 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 Schufladee. The fuck. Schuflade halt. Bist du ein Zauberer? Ja, wo weißt du das? Keine Ahnung. Ich glaube, es war einfach ein Gefühl. Alter, du hast da hier voll das Brain, ey. Nee, gar nicht. Ich mach einfach nur random. Ja, nee, ist klar. Mach es einfach random und haust es trotzdem wieder komplett rein. Also so, den auch noch so elegant. Ich mach es so lange random, bis ich sehe, dass ich es irgendwie in der letzten Zeit mal reinhauen kann. Wow, like a brain. Like a brain. Ich frag mich, ob da jetzt mehr als drei sind. Weil bei den letzten waren immer drei. Immer drei was? Ja, drei. Oh, es sind drei. Hm, was könnte man hier nur machen? What the fuck? Das ist ja noch kleiner als das vorige. Boah, das ist ja Zauberwürfel hier. Ich kann den Zauberwürfel. Ja, ich hab einen Kumpel. Also das ist ziemlich Klischee, weil der ist Asiaten und der schafft einen Zauberwürfel innerhalb von 20 Sekunden. Ja, ich konnte den einmal in 45 Sekunden. Das hat das einfach nur, weißt du? Ich weiß nicht, ob es 20 Sekunden war. Ich weiß nicht. Aber irgendwie sowas im Dreh war es. Vor allem, da war auch gar nicht mehr das Problem die Kombination. Das war einfach das Problem, wie schnell er die Hände bewegen konnte. Ja, das ist es. Ja, es gibt halt diese Methoden. Die Friedrich-Methoden zum Beispiel, die ist cool. Ja, und sie heißt lustig. Aber die geht ziemlich schnell, wenn man gut ist. Also der Weltrekord hat ja, glaube ich, im Moment so 5,5 Sekunden oder so. Ungefähr. Und der ist voll awesome. Australier namens Felix Semdex. Aber das sieht immer so unnormal aus, wie er diesen Würfel da vergewaltigt bringt. Der ölt den auch wirklich tatsächlich mehrmals. Ich habe den auch geölt früher. Ja, das ist so hart. Ja, ich habe mir sogar extra Würfelöl gekauft. Extra Würfelöl. Ja, der hat auch solche Krankenwürfel mit 9x9 und so und alles. Ja, mein Bruder hat einen 7x7. Ich habe es noch nie mal geschafft. Also den einzigen Würfel, den ich mal komplett geschafft habe, war einfach ein ganz normaler 2x2. Ha, 2x2, die sind ja total einfach. Ja, aber das passt dann auch auf mein Niveau, ja. Scheiße, Mann, du hast einen Job. Boah, ich bin so awesome. Und jetzt macht das kaputt. Ich würde dich so auflachen. Wer ist hier ein Mann? Also selter auf jeden Fall nicht. Kannst du zaubern? Was? Ich doch nicht. Doch, kann ich. Okay, mach die scheiß Tour auf. Eindrücklicher Ring. Ach, du Scheiße. Für den Schrott hast du das jetzt gemacht? Im vorigen Dings habe ich einen Herzcontainer bekommen. Im mittleren Level. Das ist ja noch wertvoller als der Scheiße. Der ist 2500 Rubine wert. Ja, und? Also ich hatte in diesem Spiel noch nicht ein einziges Mal Geldprobleme. Uh, ich schon. Ich habe die ständig. Ja? Ja. Alter, ich habe immer so viel Geld. Oh, ich bin einfach scheiße reich, weißt du. Weil alle, die nicht Let's Plays machen, haben immer voll viel Geld und sagen, wieso hast du so wenig? Na, weil ich niemals irgendwas farme. Ein Legendärer Ring, der schon seit Generationen weitergegeben wird. Bla, bla, bla. Na gut, in einem LP kannst du ja auch nicht einfach random durch die Gegend laufen und irgendwas gar... Ne, pff, keine Geldprobleme. Ja, ich meine, Geldprobleme hast du, ja? Jetzt glaube ich, dass du das seht. Wir haben das Puzzle vollständig gelöst. Allerdings wüsste ich gerne, wer auf eine solche Idee kommt. Das sind die Macher von Phybrain. Aber das kennst du vermutlich nicht. Nein. Schon allein deswegen, weil es Brain in the inside of the world hat. Aber es ist total geil. Da kämpfen die und so. Nur mit Puzzle. Da kommt eine dritte Staffel davon raus. Oder er ist schon draußen. Aber egal. Ups. Nein, da ist nichts drinnen. Was machst du jetzt für ein Arnteus? Der macht Zeugs. Alter, dir geht's ja nicht gut, oder was? Ja, sicher geht's mir nicht gut. Ich bin ein Displayer, mir geht's vom Prinzip aus nicht gut. Hast du zu schnupfen, oder? Nein, aber wenn ich nicht geistesgestört wäre, wird sich eh keiner mehr Videos ansehen. Wuhahaha. Dann möchte ich, dass du bitte auf unseren Kanal gehst. Dann erfährst du, dass wir geisteskrank sind und siehst, dass es tatsächlich Leute gibt, die uns zuschauen, okay? Ja, ich sag ja, wenn man nicht geisteskrank ist, schaut einem keiner zu. Nur wenn man geisteskrank ist, schaut einem keiner zu. Achso, ich hab verstanden, wenn man geisteskrank ist, guckt er in... Ne, warte, nochmal. Tut mir leid, das ist schon ab. Okay. Es ist schon abends, ich bin ein bisschen gestört. Es ist nicht abends, das ist später Nachmittag. Der Nachmittag, der Abend fängt erst um neun Uhr an. Reicht mal, ich hatte heute acht Stunden Schule, okay? Reicht. Oh, ich neun. What? Neun? Ja, neun. Aber bei... Ja. Genau. Warum so viele, du Zauberer? Weil das so ist. Alter, neun. Und schau mal, wie hoch wir... Welche... Welche... Welche Klasse gehst du? Im deutschen System oder im österreichischen System? Ach, du... Ach, du bist ja... Östie. Stimmt ja, S. Beide. Von dem System von mir aus geh ich in die fünfte Klasse und von dem von Deutschland müsste ich, glaube ich, gerade in der... Boah, keine Ahnung. Aber müsste ich mal kurz zielen. D-d-d-d... Dreizehntes. Dreizehntes Schuljahr. Das Unglücksjahr! Naja, gar... Oh, nein. Und wie kommt's, dass du dann in Österreich erst in der fünften bist? Weil bei uns bei jeder Schule die Zählung neu anfängt. Ne, ernsthaft? Ja. Ist ja krank. Das ist bei uns normal. Ich denke mir, was? Das ist ja krank, dass es eine achte Klasse gibt bei euch. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Ein Aufprall der Kulturen. Das sage ich ihm in jedem Part irgendwie. Naja, eigentlich nicht. Aber ich werde es von der Zeit in jedem Part sagen. Auch wenn es gar nicht passt. Genauso wie des Todes. Ich sage immer des Todes, auch wenn es gar nicht passt. Zum Beispiel. Flauschiges Kissen des Todes. Boah. Alter, bist du... Bist du Hardcore hier voll der... Gangster. Ich sehe richtig der Ward-Akrobat. Weißt du, was ich richtig feiere? Diese geile Skype-Verbindung. Echt? Was ist denn mit der Skype-Verbindung? Du legst bei mir, wieso? Ach, natürlich. Das ist normal. Weil Baum. Du brauchst jetzt eh nichts sehen, weil... Ja. Es ist Bildschirmübertragung, da ist das nur normal. Oh, ich bin auch gerade rot. Das ist natürlich scheiße. Soll ich die Bildschirmübertragung wieder ausmachen? Und was bringt das dann? Dass die Internetverbindung extrem viel schneller wird, weil man nicht mehr das Bildschirm übertragen muss. Aber dann gucke ich nicht mal beim Spiel zu. Ja und, aber du kannst ja trotzdem reden. Okay, dann zieh durch. So ein ganz harter Bursche. So, okay. Ich muss jetzt erstmal den Terry irgendwie finden, weil ich wollte zum Terry. Aber leider schaffe ich das nicht. Weil der irgendwie ganz woanders ist, als ich dachte. Das ist aber woanders. Du kennst, dass du die Bildschirmübertragung ausmachen. Yeah. D-d-d-d-d-d. So. Jetzt müsste die Verbindung wieder besser werden. Spürst du, wie es sich aufbaut? Ja, ich spüre es. Die Macht des Dingens Kirchenbums ist mit mir. Wer du aus Bumms ist gesagt? Äh. 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 Ah, da kommt der Terry ja schon wieder. Ich will jetzt eigentlich nur, dass der jetzt irgendwo anders ist, wo ich auch hin kann. Weil ich bei dem was kaufen will. Ich muss doch immer dieses Dingens kriegen. Dieses Platin-Karten-Teilens. Damit ich alle Herzcontainer hab. Kacke, Mann. Und dafür muss ich total viel kaufen. Und deswegen hab ich Geldprobleme. Wow. Es sind Haie des Todes. Oh nein. Das Todes hat mal gepasst. Das ist unglaublich. Die Sky-Verbindung des Todes. Oh, er kommt von hinten. Das hat sie gestern auch gesagt. Aber diese, das hat sie gestern auch gesagt. Sprüche sind eigentlich so schlecht, wenn man sich eigentlich mal genau durch den Kopf geht. Überlegt. Ja, einfach. Warum sprichst du das in Dingens Deutsch? Das ist doch viel cooler in Englisch. Das ist doch viel cooler in Englisch. Nein. Ich bin immer zu blöd, Sprüche auf Englisch rauszuhauen. Ich kann zwar Englisch reden, aber aussprechen, dass das... Bäh. Ne. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Äh, na toll. Jetzt ist der Part unbrauchbar. Wieso? Ja, weil du was gemacht bis jetzt, das gezogen hast. Bist du denn behindert? Oh. Oh. Es ist mein Mund-Eigentum. Sagt sich das dann auch gesagt. Woher weißt du, dass sie das gestern auch gesagt hat? Warst du etwa dabei? Ja. Wow. Bist du ein ganz harter. Ah, ich bin der härteste von allen. I'm the best. Das ist alles aus dem Raum. Das ist für T-Set. Nein. So ist es langweilig. Ja, sicher. Überhaupt nicht eigentlich, aber egal. Wenn man die richtigen Kommentationen bringt, ist das voll lustig. Ich hab den Terry eingeholt. Nun geh ich rein. Das hat er gestern auch gesagt. Bäh. Ich bin geflogen. Er ist geflogen. Hast du's gemerkt? Er hat schlechte Noten, deswegen ist er geflogen. Boah, ich kann Königsgeschirr kaufen für 1000 Rubine. Natürlich. Ich gammel gerade ins Steam rum. Stell fest, Steam ist so saugeil. Hast du auch Steam? Ja, sicher hab ich auch Steam. Jeder hat Steam. Und warum hast du... Warum hast du mich nicht geändert? Weil ich nicht wusste, dass du Steam hast. Aber ich sagte ja gerade, jeder hat Steam. Also ist das... Also ist mein Argument invalid. Wie heißt du denn bei Steam, mein Freund? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich so, wie ich ihn YouTube heiße. Boah, ich hab jetzt 290 Punkte. Du hältst jetzt 10% Rabatt auf alle Waren. Außerdem geb ich dir eine Silbekarte und ein Geschenk. Dadadada. Ein Gratisticket. Ich schau mal nach einem Masterquest-Master. Möchte ich mein Gratisticket einsetzen? Nein. Scheiße, man setzt es gefälligst ein. Oh, und ich sollte in einen Briefkasten schauen. Genau, das mache ich jetzt auch. Denn das ist ja immer ein Awesome. Bist du da behindert? Steam Level 1, ja. Alter, ich bin sogar schon Level... Warte, was bin ich? Ah, Level 3. Boah, ich habe nur 2 Spiele, glaube ich. Ich habe so viel. Darksiders von Magic 2014. Magic 2014? Was ist denn für ein Schrottspiel? Das ist Magic the Gathering. Magic the Gathering ist ein Kartenspiel. Ja, das kann ich nicht. Und ich habe die Online-Version. Ja. Und das ist die animierte Computerspiel-Version des Todes. Wo man sich nicht die Karten kaufen muss. Aber das Spiel scheint... Wie bei MTV Online. Das Spiel scheint ja recht populär zu sein, weil ich sehe, dass es gerade auf der ganzen Welt insgesamt 2167 Leute spielen. 2167? Meinst du das jetzt ernst oder sarkastisch? Sarkastisch, ich meine es sarkastisch. Ah, na und, ist mir doch egal. Spielt ihr denn noch gar nicht? Nur weil man sich selber keine Decks erstellen kann, sondern nur die Folge fertig nehmen kann, ist es gleich schlecht. Nö, 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 nö. Sch. Schlecht. Ich fand's cool. Das ist ja auch toll. Und es hat nur einen Story-Mode. Oh mein Gott. Nö. Sorry. Also da gehört alles in Story-Mode. Sogar Call of Duty. Nein, egal. Ah, ich kann den Schnell-Modus nicht halten. Oh, doch, kann ich. Es ist gerade eine Ruhe-Phase. Ach, wirklich? Das akzeptiere ich. Ich möchte auch eine Ruhe. was sagen. Und ich brauche einen Scheiß-Briefkasten. Warum ist hier nirgendwo ein Briefkasten? Ich dachte, hier wäre irgendwo ein Briefkasten. Briefkasten. Oh, ist das ein schönes Spiel. To the Moon. Jetzt sagt man wieder, dass... Es ist hier anscheinend nirgendwo ein Briefkasten. Das ist scheiße. Dann habe ich die Fahrte wohl umsonste gemacht. Hm. Dann fahre ich wohl da hin, weil da gibt's auf jeden Fall einen Briefkasten. Ich weiß nicht, ob's beim Piratenversteck einen gibt. Boah, schon wieder Sandhaie des Todes. Meep. Weißt du, wann wir angefangen haben zum Aufnehmen? Ja, sag. Ich habe auch eine Frage an dich. Weißt du, wie lange wir schon aufnehmen? Also laut Skype eine halbe Stunde. Wow. Das ist schlecht. Das ist voll. Ja. Dann teile ich es wohl wieder in zwei 15-Minuten-Parts. Obwohl, dann passiert in dem Part überhaupt nichts. Trotzdem habe ich mal eine Frage an dich. Auch wirklich? Und sie ist ernst gemeint, okay? Ja. Benutzt du Steam? Ganz normal oder im Big-Picture-Mode? Ich benutze Steam gar nicht. Ich starte nur die Spiele, die ich mir darüber runtergeladen habe. Also zwei. Ja. Schlecht. Ich benutze das eigentlich voll gerne im Big-Picture-Mode. Was ist der Big-Picture-Mode? Geh einfach mal auf, Alter. Steam bringt deine eigene Konsole raus. Und wenn du auf Big-Picture-Mode gehst, sieht es genauso auf dem PC aus wie auf der Konsole. Oh, das ist mir eigentlich egal. Wie kann man eigentlich einen PC ohne Steam haben? Keine Ahnung. Sagen Sie es mir. Ich habe keinen PC ohne Steam, also kann ich es nicht sagen. Na, bist du lustig. Wenigstens habe ich jetzt den coolen Briefträger gefunden. Ein Brief und ein Paket von Terry. Terrys Laden im Heißhof worden und finde ich awesome. Ich würde auch gerne mal im Himmel fliegen. Ja, jetzt müssen wir vermutlich den Briefträger auch noch dahin bringen und dann wird das Ganze schon irgendwie voll. Kommt er wirklich nur runter, wenn man die Dampfpfeife betätigt? Wie können denn Leute ohne Zug in seinen Laden? Mysterium. Man muss sich eben die tragbare Dampfpfeife zum Mitnehmen kaufen. Ja. Aber da scheint es noch etwas zu machen. Ja, genau. Nö, ich, ähm... Bitte sehr. Ein Brief. Ich esse. Ja, das... werde ich jetzt gleich in mein Buch für die Nachwelt schreiben. Das ist sehr gut. Du hast eine Silberkarte erhalten. Sie ist schön silber. Sicher, dass du nur isst? Ähm, ja. Vernasche dich. Ja, aber jetzt, da ich die unglaubliche, awesome Silberkarte habe, will ich auch mal sagen, wir sind hier fertig für den Bad. Obwohl, wir könnten uns auch Zugteile machen lassen. Obwohl ich nicht weiß, ob wir dafür genug kleine Schätze haben. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Vorher wird total scheiße labern, würde ich sagen, machen wir erstmal einen Cut und wir nehmen irgendwann ein andern Mal. Weiter. Oh. Aha. Ich glaube nicht. Nein? Nein. Okay. Warum nicht? Weilbaum. Schauen Sie es mir. Nein. Dann bist du gefeuert. Du kannst mich nicht feuern. Es ist meine Firma. Halt im Maul. Ich kann alles feuern. Okay, ja. Jedenfalls, Part-Video ist auf jeden Fall hier beendet. Das stimmt schon. Sag tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, er hat tschüss gesagt. Wir müssen ihn töten. Vielleicht muss ich noch. Schcken tschüss. Vielen Dank.